Ähm, und hier müsste es zum Eingang zurückgehen. Jep, links ist der Eingang. Okay, so. Das heißt, du bist der nächste Korridor, den wir uns angucken. Oder war das jetzt der, den ich jetzt gerade schon hatte? Nee. Genau, also hier hinten rechts, genau, hier ist diese Flamme. Und die eine dunkle Nische, da ist also nichts. Links ist nichts, das heißt, es geht nur noch nach rechts, diese Einstelle. Und, äh, ja, und das ist ja einfach nur ringsrum, das ist einfach nur eine Säule, okay. Und damit ist das dann hier auch einer der Korridore, den wir denn damit abgearbeitet haben. Sehr schön. Ähm, wo ist jetzt der Eingang? Ei, 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 ei. Ich weiß, es ist nichts passiert, aber irgendwie, es ist mir gerade wie so ein Wegpunkt. Ähm, müsste doch jetzt links der Eingang sein. Ja, okay, sehr schön. Ja, okay, sehr schön. Das heißt, wir haben die Hälfte geschafft. Yay! Oder eigentlich sogar weniger als die Hälfte, den Gang geradezu hatten wir ja auch noch nicht. Aber hier ist nichts. Okay. So, hier geht's zurück zu dem Korridor, den wir... Okay, jetzt sind wir hier wieder auf dem Hauptkorridor, okay. Also, auf dem Korridor. Ähm, also ich bin jetzt gerade links abgebogen und einmal durch. Ähm, aber da war doch jetzt noch irgendwas. Ach genau, ich bin nicht nach rechts gegangen. Dabei war doch jetzt hier meine Regel am Anfang, dass ich immer nach rechts gehe. Okay, okay, ich bin nach links gegangen. Okay, dann gehen wir jetzt nach rechts. Okay, da ist irgendwie eine Flamme. Okay, da ist eine Flamme. Ach, Hermine, ein Schild. Ich dachte nicht, dass das jetzt hier nochmal so groß ist. Shit. Shit, shit, shit. Na gut. Wir wollten ja immer nach rechts gehen. Oh, warum denn jetzt nochmal Schotflintenmunition? Okay. So, den Gang hier haben wir schon von der Seite aus gesehen. Da waren wir gerade da hinten. Und es geht natürlich nochmal ums Eck. Denn, ähm, es ist ja noch nicht verzweigt genug und kompliziert genug. Ach, okay, aber wir haben was gefunden. Auch wenn das direkt hinter der nächsten Ecke nach dem letzten Speichern war, speichern wir das. Okay. Okay, eine Sackgasse. Bin ich nicht böse drüber? Es ist schon kompliziert genug. Okay, das heißt, wir waren jetzt... Wir sind von da gekommen. Ich gehe nochmal kurz zurück. So, und wir haben hier in den Korridor schon reingeguckt. Das heißt, links waren wir jetzt noch nicht. Da sind blaue Punkte auf ihren UCs drauf. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. So, und nur nochmal zur Verifizierung. Da war eine Sackgasse. Achso. Und links war jetzt... Okay. Wenn wir unsere Regel mit dem Rechtsdrall befolgen, dann müssen wir jetzt eigentlich hier weitergehen. Aber irgendwie, ähm... Moment mal, ist das nicht... Müsste das nicht der gleiche Korridor sein? Ja, dann ist der gleiche Korridor. Okay, Gott sei Dank. Das heißt, wir haben jetzt da hinten nur noch... Äh... Ganz rechts. Oh. Da ist ein Block, den wir verschieben können. Und da sitzt was. Okay, äh... Soll ich euch was verraten, nachdem wir jetzt Schrottflinten-Munition eingesammelt haben? Nachdem das Spiel uns das jetzt gegeben hat, weil sonst verbrauche ich die halt nie. Na? Äh, was ist das? Ja, sie saß ja hier einfach nur rum. Und das Schöne ist, die, die hier einfach nur so rumsitzen, die triggern wir nicht neu hier. Ein Kistenrätsel. Schön. Schön, 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 schön. Okay, wir versuchen den Klassiker erstmal rausziehen. Wir können ihn natürlich nicht noch weiter runterziehen, aber... Achso, nee. Wir können ja jetzt den hier nicht auch noch verschieben, das ergibt ja keinen Sinn. Weil der hängt ja jetzt in der Luft. Nee, okay. Ähm... Gut, dann schieben wir ihn halt wieder rein. Oh. Ah, okay. Fackeln und ein kleines Medipack. Und, geht's noch weiter rein? Nein. Na gut, ja, ist jetzt keine so schlechte Ausbeute, muss ich sagen. Wir haben noch, wie viel Schuss? Zwei. Das heißt, für eine Zoomsie würde es noch reichen, für den Falls-Pfalz, dass jetzt hier noch eine ist. Okay. Okay. So. Das haben wir jetzt hier abgehakt. Da hinten war die eine Sackgasse. Wie stieß? Wie stieß? Ja, ich weiß, also für diejenigen, die halt hier einen sehr guten Orientierungssinn haben, für die würde es jetzt vielleicht nicht so interessant sein, mich hier oben irren zu sehen. Aber, ja. Ich muss halt hier manchmal hin und her laufen, damit ich mir halt sicher sein kann. Und jetzt sind wir wieder auf dem Gang mit dem Eingang, dachte ich. Nee, doch nicht. Ähm. Achso. Achso. Hier kommen wir jetzt so zum Korridor mit dem Eingang. Richtig. Oh. Hm? Nee. Nee. Aber okay. Wir haben Ozean-Munition gefunden. Jetzt habe ich tatsächlich die Orientierung verloren. Mist. Ähm. Ähm. Äh. Ah, okay. Okay. Das war also der Korridor jetzt. Ähm. Das heißt, hier rechts ist wieder... Ja, hier ist der Eingang. Ui, 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 ui. Okay, nochmal zur Verifizierung. Also das geradezu müssten wir jetzt abgearbeitet haben. Beziehungsweise ist das auch alles irgendwie, äh, ist alles miteinander verbunden hier. Okay, 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 okay. Ja, okay. Ich glaube, ich glaube so langsam, so langsam, so langsam, oder? Shit. Ah, ja. Vielleicht habe ich auch hier gerade die Uzi-Munition eingesammelt. Ah, 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 shit. Okay. Ach so, und das ist aber... Ach so. Das heißt, es ist, die beiden Gänge sind da miteinander verbunden. Das heißt, nur ganz links waren wir jetzt noch nicht. Hier. Äh. Beziehungsweise waren wir da vielleicht gerade eben schon. Ja, ich glaube schon. Ach so, ein Kristall an der Wand, das kommt uns doch bekannt vor. Ja, ich glaube, hier war ich gerade eben schon. Das heißt, es ist alles... Oh, alles drei miteinander verbunden. Das heißt, hier müsste jetzt irgendwo nochmal der Block mit der... Ja, okay. Never mind. Also, ich glaube, wir haben alles. Das heißt, wir können jetzt zu dem Ausgang zurückgehen. Ja, hier ist der Block mit der Sumsi. Okay, das heißt, es gab jetzt nur eine Sumsi. Okay, ich habe irgendwie gedacht, dass da mehr ist. Äh, warum laufe ich in diese Richtung? Das ist nicht richtig. Ja, okay. Gut. Äh, nein, oder? Äh, ich glaube... Ah, doch. Okay. Not bad. Okay. Gut. Dann war das das. Hat ja nur lang genug gedauert. Und dann müssen wir gucken, wann wir das Teil da jetzt triggern. Okay. Nein. Nein. What? Ah, ich meine... Es soll ja auch möglichst schwierig sein. Es ist ja der... Quasi der letzte richtige Level. Von daher... Irgendwie wünsche ich mir fast den Tempel des Xean zurück. What? Wie weit soll ich denn hier runterrennen? Nachdem ich auch vorhin mit diesem Teil so eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Ähm, wo sind wir jetzt? Wir sind... Naja, gut, wir sind erst auf dem dritten Feld. So, wir sind, glaube ich, immer noch auf dem dritten... Ne, wir sind schon noch auf dem vierten. Äh, Spiel? Da sind links und rechts auch noch ganz viele. Nein. Aber in der Mitte ist, glaube ich, nur eins. Äh, es ist aber nicht so, dass ich hier oben irgendwie was habe, um mich festzuhalten. Nein. Okay. Ähm. Oh, noch nicht. What? Das ist doch jetzt schon das fünfte Feld. Es wird wirklich erst auf dem allerletzten Feld getriggert. Da kann ich ja schon wirklich versuchen, zur Seite zu rennen. Vielleicht ist es auch der Sinn und Zweck des Ganzen. Und, äh, dann begibt man sich quasi in Reichweite von diesen anderen Dingern. Und dann, äh, ja, dann wird's spannend. Und, äh, schauen wir mal. Ne, wir haben noch zwei Felder vor uns. Okay. Ja. Jetzt haben wir noch ein Feld vor uns. Aber ich fürchte fast, dahinter ist auch noch eins. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, okay. Also ich stehe jetzt schon eigentlich auf dem... Ne, es ist immer noch das vorletzte Feld. Aber ich meine... Ich glaube, es ist wirklich so gedacht, dass man zur Seite ausweichen soll und nicht nach unten rennen. Ach, Liebespiel. Okay. Ich weiß. Ich weiß. Aber, naja. Äh, äh? Äh, äh? Da oben ist die Maske. Oh, nee. Was zum... Und unten ist Lava. Okay, das heißt, das Ding ist gar nicht dazu ausgelegt, dass es mir hier entgegenkommt. Richtig? Richtig. Du bist so ein Trollspiel. Du bist so ein Troll. Das geht gar nicht. Oh, krass. Seht ihr das? Da links und rechts im Fels? Warte mal. Kann man das irgendwie... Also, es sieht von hier aus, so rechts, da in dieser Felswand, wie so eine dämonische Fratze. Als würde da irgendwas im Fels eingesperrt sein, was so raus will und was uns, äh, ja, was uns was tun will. Ähm, okay. Hey, ich nehme mal an, dass das zu schräg ist. Oh. Okay, wir haben das erst getriggert. Um, dass wir uns da runterhangeln lassen können, wollte ich sagen. Und das können wir ja, können wir ja ausprobieren. Ähm. Jo. Ja, okay. So, liebe Lara, wie möchtest du sterben? Überrollt oder von der Lava irgendwie in der Lava verglühen? Ähm. Ja, jetzt haben wir hier den anderen Soundeffekt wieder. Wie viele sind es jetzt noch? Es ist jeweils nur noch einer, glaube ich. Äh, ja, okay. Und jetzt kommt er rückwärts wieder hoch. Weil irgendwie ist jetzt der Schwierigkeitsgrad weg. Das habe ich mir anders vorgestellt. Aber, ja, das ist auch die Frage, wie wir dann wieder zurückkommen. Ach, da ist die Tür. Okay. Danke, liebes Spiel. Ähm. 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 What? Okay. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie stellst du dir denn das Vorspiel? Ja, entweder fallen wir jetzt hier ins Wasser oder es geht noch lustig weiter. Schauen wir mal. Weil ich meine, wir hören ja noch irgendwie Feuer. Ah ja, da ist doch, da ist das Wasser. Okay, na dann. Ja, damit haben wir alle vier Elementarräume abgearbeitet. Sehr schön. Das heißt, wir kommen jetzt hier nicht nochmal zurück. Äh, nee, eigentlich wollte ich Waffe ziehen. Es dröhnt hier schon wieder so. Krass. So. Also ich finde es immer noch merkwürdig, diese Konstellation, dass wir hier ein Gitter haben und dahinter ein Schlüsselloch und einen Schalter. Und dann geht's weiter. Und dann haben wir ja hier, wie gesagt, die Möglichkeit, diese vier Sachen einzusetzen. Ähm, wir, ähm, machen das einfach mal, weil ich glaube, für den anderen Raum ändert sich da nichts. Ich nehme mal an, hier wird es gleich wieder ein Lichtschauspiel geben. Sieht schon ein bisschen unheimlich aus, diese Gesichter von den Viechern. Was sind das für Gesichter? Das ist völlig entstellt. Also ich meine, Kunst ist was anderes. Und, und jetzt? Äh, äh. Ich dachte, jetzt passiert irgendwas mit dieser Lichtsäule. Äh, ist das Gitter aufgegangen? Nein, das Gitter ist auch noch zu. Äh, ähm, müssen wir mit den, mit den Kristallen selber irgendwas machen? Nee. Dann fehlt vielleicht noch irgendwo irgendwie was. Das ist merkwürdig. Oh, ich hoffe, das ist jetzt kein Bug oder so. Aber ich glaube, in der Version des Spiels dürfte es eigentlich keinen Bug mehr geben. Ah. Ich finde das sehr merkwürdig, muss ich sagen. Und mir ist auch noch eingefallen, genau, das wollte ich das letzte Mal noch machen. Ich wollte mal den Block hier noch rüberschieben, weil da oben waren wir nämlich noch nicht. Also wir waren ja da oben und da oben und eben beim Secret, aber da waren wir noch nicht. Da links. Also hier hat sich auch nichts geändert. Ich finde das merkwürdig. Kann ich dich noch um eins verschieben? Ja. Um noch eins, wollte ich sagen. Okay. Okay. Hm, na gut. Also ein schöner Podest, aber hier ist nichts weiter. Schade eigentlich. Wäre nochmal ein schönes Versteck für ein Item gewesen. Aber ich meine, gut, das kriegt man ja dann auch nur, wenn man den Schalter findet, um diesen Block nach unten zu bekommen. Und das wäre dann natürlich ein bisschen schade, wenn es dann eben den Spielern, die das nicht finden, denen nicht nur das Secret durch die Lampen geht. Und dann schauen wir einfach mal, ob das so sein muss und machen dann den anderen Raum jetzt wirklich das nächste Mal. Ich habe jetzt wieder, es hat jetzt wieder alles viel länger gedauert, als ich dachte, aber ich meine gut. Und ja, natürlich gucke ich das jetzt mit diesem Medipack noch nach, weil mich das jetzt, wie gesagt, brummt. Ich möchte es gerne wissen, was es damit auf sich hat. Also das Medipack in dem Feuerraum. Und ja, dann verabschiede ich mich schon mal. Obwohl, das mit dem Medipack kann ich ja dann auch einfach noch kurz erzählen. Okay, bis gleich. Ja, da sind wir wieder bei unserem Medipack. Ja, also offiziell ist es tatsächlich nicht möglich. Es ist halt nur über einen Glitch möglich. Versuchen wir jetzt einfach mal. So. Und zwar tut uns das Teil jetzt nichts mehr. Und irgendwie gibt es halt die Möglichkeit, dass man hier jetzt halt, ja, sich in den Zylinder rein bewegt. Und ihr seht schon, mit jedem Sprung vorwärts bewegt sie sich tiefer in den Zylinder rein. Und das Ganze können wir jetzt halt machen, um uns zu dem Medipack vorzuarbeiten. Und ja, okay. Also vom Prinzip her so funktioniert es. Ich finde es wirklich ganz schön gemein, muss ich sagen. Weil ich meine, es gibt... Ja, es gibt in Tomb Raider immer ein Medipack, wo man nicht rankommt. Aber das hier ist ja jetzt schon das Zweite von Tomb Raider 3. Wir hatten wie gesagt eins im Küstendorf schon. Und das finde ich einfach... Das finde ich einfach inkonsistent und halt ein bisschen gemein. Und was anderes, was mir da noch einfällt, was ich auch gerade noch gesehen habe. Da hinten, seht ihr es, da gibt es einen Schalter. Und ich habe den völlig übersehen. Und zwar sorgt er dafür, dass die letzte von diesen Köpfen, der letzte von diesen Köpfen quasi ausgeht. Damit man da in Ruhe drausspringen kann dann und durch das Gitter durch. Aber es hat ja bei uns auch so ganz gut geklappt. Also da ist der Schalter. Von daher. Aber ich finde dieses System hier oben, also ich meine, vielleicht ist das wie so eine Art Leitungssystem für das Feuer sozusagen. Das ist halt... Also das ist alles irgendwie schon mechanisch funktioniert. Und das eben keine lebendigen Köpfe sind. So wie bei... So wie in Rom mit den Traians-Märkten. Aber ich weiß nicht, ich kann mich nicht satt sehen an diesen Dinger. Und ich weiß nicht warum, aber ich finde sie so cool. Halt so schön unheimlich auch irgendwie. Und ja, ich weiß auch nicht. Und halt diese Bewegungen, das ist irgendwie... Ja, keine Ahnung. Okay, ja, das war's. Und wie gesagt, dann machen wir das nächste Mal dann endlich den Raum. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis dahin, macht's gut. Und ja, das war's. Und ich habe...